Ich bin halt beim Schlumpfen. Gut, Alter, das Spiel ist eigentlich schon zu Ende. Kann sein, keine Ahnung, du hast echt das, was... Awww. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, na Ahnung, mein Schmerz. Ich kann unsnipen eben. Das bedeutet, ich gehe mal darum, Glück minus. Okay. Okay. Wow. Oh. 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 Äh, du sagst Dito. Hast du ein Messer in den Bauch reingebekommen? Wie hast du denn das geschafft? Nein, es haben mich zwei Leute überfallen. Bitte waaas? Jo? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ach du Scheiße. Und dann wirst du nicht in Krankenhaus? Nein, er hat nur meinen Kopf getroffen. Er hat also einen schönen Schnitt. Er hat meine Stirn. Okay. Mehr hat er nicht geschafft. Okay. Er hat auf jeden Fall dicke Schmerzen auf jeden Fall. Er hat für einige Monate Schmerzen. Hm, Dörber auch, oder nicht? Hä? Ich hab nicht viel abgekriegt, ne. Wir haben die nächsten Epos. Ich hab'n Rippenprellung. Er hat nicht mehr gepackt. Ja, da lag ich ja auf dem Boden. Da hat er reingetreten. Alter, was für ein Hohensohn. Ja, schön, ne? Jetzt bin ich dann rausgeflippt, wo ich Blut gesehen hab. Das hat er noch mehr will. Das Problem ist, er wollte nochmal zustechen. Da bin ich leider gemein gewesen. Ich hab das abgefangen. Und hab dabei seine Hand gebrochen. Nice. Ich wollte eigentlich nicht so gewalttätig sein. Ich krieg' kein Kümmer ab. Ich krieg' kein Kümmer ab. Den Nixens überlebe ich. Ich weiß. Rathorsten, du wohnst in einem gefährlichen Viertel. Ja, das war ein Hienburg. Wohin, Rosen. Wohin! Wohin! Du hast noch Schrotze gehabt. Also warum schießt du die einfach auf? Warum hast du nicht ein paar Headys gedrückt? Äh, scoped. Ich wollte scopen üben. Ah, ihr scoped? Ja. Ich mach mit. Ich komm, ich mach mit. Der Wald muss doch wohl verarschen. Ja, ich kann nicht scopen. Ich will's ja auch lernen. Hilfe! Oh scheiße! Nee. So unfair bin ich nicht. Ich hab millimeter daneben geschossen. Ich hab millimeter daneben geschossen. Ich hab ihn nicht in. Ja. 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 Ja, ich hab die auch bei den Kills. Ja. 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 Boah, auch Glück gehabt. Meiner! Ich jetzt... Oh, du hättest mir jetzt auch mal meinen Arsch retten können. Doch, ich bin jetzt unterwegs. Okay. Boah, hetzt dich nicht. Oh, scheiße, das Spiel ging schon weiter. Oh. Mhm. Geh' ich mal mein Passwort ein. Hm. Bitte sehr. Ja, ja. Jetzt folge ich euch mal. Bei uns ist sogar noch Platz am Team Ich komm schon, ich bin schon Oh ja Ich mein du erscheinst Aber erst muss ich wieder alles drauf einpacken Ey, Böser Lob finden? Wie steht's denn? Acht, Acht 9, 8 Oben ist ein Bei links Bin schon drehen Macht nix Sicher eine Hand Skopit, Alter Kippt nicht unser, Huren Das hat mir irgendwie gefehlt Ah, Mama Vielen Dank.